Hallo, ich begrüße euch heute mal wieder bei Schmitz Reisemobile zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Sora bzw. wir zeigen euch heute Sonderlösungen von Sora. Lösungen, wo es manchmal um Zentimeter geht, um die Wünsche von euch zu realisieren. Es geht auch direkt gleich los mit einem Carthago C-Tourer. Bei diesem Carthago hatten wir die besondere Aufgabenstellung, dass der Kunde sehr viel Equipment dabei hatte und aber auch schon einen Veloslide von Thule im Fahrzeug montiert war. Das alles mussten wir miteinander kombinieren. Hier ein paar Bilder dazu. Als nächstes Beispiel haben wir einen großen Concorde Liner Empire. Ein wunderschönes Fahrzeug mit einer sehr großen PKW-Garage. Diese Garage ist eigentlich vollkommen ungeeignet für Ordnungssysteme, da wenn der PKW in der Garage drin steht, die Garage einfach voll ist. Das weitere Problem war, dass wir an der Stirnseite zur Fahrzeuginnenseite auch noch die Seilbinde vorhanden ist, die den PKW in die Garage hineinzieht und somit hatten wir eigentlich keinen Platz. Gelöst haben wir das Problem, indem wir die Wand speziell für den Empire zugeschnitten haben und haben auch Öffnungen in die Basiswand von Sora mit eingebracht für die Seilbinde. Hier zeigen wir euch jetzt noch ein paar Bilder dazu. Das war's. Das war's. Geschwappe, euch hat die kleine Vorführung gefallen und ihr habt gesehen, dass Sora sehr individuell zu montieren ist und wenn ihr Fragen zu eurem Fahrzeug habt, ruft an, wir beraten euch gerne.